herr der leute kommt zurück in commanding conca die gefällst hier ganz und gar nicht mich auch nicht was war das denn jetzt alter schicken sie an der tür in die revie station ja kann nicht schlecht machen wenn meine komische psychobraut hier unsere ingenieur alle ermordet aber was soll's er ja den hätten wir nämlich gut brauchen können nach hart durch die schnauze hier nur teilen wort mich seitdem ich bin bereit sollte wir sollen hier komische dinge machen ich bin dafür dass wir es mal die sekundäre ziele machen also machen wir die sekundäre ziele wollen sie die tiberium extra zu erholten sie noch mehr tiberium indem sie drei alien tiberium extraktoren eroberten ja wie soll ich das machen und ingenieure hallo nachdem wir können ja sachen bauen blöd oder so ich wollte gerade schon mit der kleinen armee ja alles machen du nicht blöd alter da weiß ich erst gerade jetzt dass wir äh dings hier was bauen können ach du heilige mutter gottes gar dein job entweder töten die dich oder du stirbst abgeschossen seht ihr diese glaubwischen kinderfaktieren fücher ich arbeite allein komm wir lieber wieder zurück ach 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 zu wenig energie ach schaut mal was da hinten ist vielleicht ist da ja eine kiste abgeschossen auf welches bezweifeln baut baut ja baut oh alter wer liest sich die überhaupt durch jetzt mal wirklich hier lang gibt es tatsächlich einen menschen da draußen der sich die zeit nimmt und diese informationen durch liest baut oder was geht ihr auf also wir fangen mal wieder mit nichts an und sollen mit nichts auch eine ganze mission machen das muss man sich bei not halt einstellen zack ach komm alter wie viel kraftwerke soll ich eigentlich bauen 1000 kraftwerke für ein gebäude oder so bauen wir einen sabut baut 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 die bruderschaft vertraut schnauze geh da rein da wollen wir mal oh ich kann ich kann keine verteidigung bauen speichern mal kurz ab ok leute wir haben keine basisverteidigung und wir können auch keine bauen ok wir können gleich wahrscheinlich eine bauen wenn wir ein mbf bauen aber das dauert hier noch etwas ich hoffe einfach nur dass die gegner nicht gleich mit diesem krieg der welten fischern angreifen weil dann mal recht aus und hab keinen bock mehr auf dieses scheißspiel so neue bauoption ich weiß dass es ziemlich blöd platziert ist weil die wahrscheinlich von der klippe aus da wählen ja den mbf so was haben wir denn so schönes nordmäßige action hier grüne felder ja grüne felder wir sind also grün das guck mal wir müssen schon wieder ein kraftwerk bauen nur um diese Co Kommandozentrale zu bauen gibt doch nicht mal eine Tassen im Schrank Bau abgeschlossen das tut mir nicht alles bald habe ich einen scheiß Bauradius geht doch ja vorstellungslabor leckt mich doch am Marsch da wenn ja die Raub ist zurück das ist gut wie das aussieht das dein ahja uiuh komm du geh mal da unten hin ne geh mal da hin geh mal da hin geh mal da hin hunderte Jahre später er hat endlich sein Ziel erreicht und bau ne bin ich blöd das kommt davon wenn man einen Kran hat ach was für Silos aus zwei gebäude auf einmal von was so jetzt kann ich mal nå das Schönen Gebäude auf. Ein paar Vennengleiters. Ein paar Flugabwehrbatterien, alles schön bauen. Genau, so mag ich das doch. Das Forschungslabor, was wir natürlich... Oh, können wir doch. Natürlich Energie aufladen, natürlich. Ach, komm doch. Geht doch. Dann wollen wir unsere Laserkannon bauen. Baut. Da hinten gibt's noch Tiberium. Wir sind hier noch nicht fertig. Ouch, was war das denn? Die Bakterien verseuchten hier, Teile sind wieder da. Die töten ja mit einem Schlag, also aufpassen Leute. Hör auf zu nerven und bau endlich das Gebäude. Und bauen wir noch Ballisten. Und bauen wir noch Ballisten. Und bauen wir noch Ballisten. Oh, ne Meter. Geht doch. Und bauen wir natürlich ein. Können wir nicht bauen. Noch nicht. Das wird abgeschlossen. Mein schönen Botschafter. Wir wollen uns natürlich hier ein bisschen expandieren. So, schauen wir mal ab. Weil bisher sind die Screens wirklich... Ich spiel doch auf schwierig, oder? Bisher kommt mir das vor, als würde ich auf... Leicht spielen. Ich mein, was schicken die mir hier drauf? Ach so aus diesem Gebäude. Hier machen wir das mal weg. Irgendwas gesehen? Wir haben sie auf dem Radar. Da braucht mehr Land. Bei Venom sollten sie das schon machen. Patrouille bereit. Sag ich ja. Hier gibt's schönes blaues Sibirium. Venom-Gleiter bereit zum Abgeben. Geht sie nieder. Holen wir sie uns. Die Einheit verloren. Ich warte. Was soll das denn hier? Was gibt's? Verstanden. Wir greifen an. Wir greifen an. Portal. Das vernichten wir auch mal wieder. Sie können nirgendwo hin. Hören wir mal zwei schöne Ingenieure. Die Bruderschaft vertraut? Holen wir sie uns. So ein schöner Mastermind. Der ist jetzt tot. Noch nicht das Gebäude. Feuer! Lassen wir die Kraft weg. Verstanden. Verstanden. Kommen wir lieber wieder zurück. Verstanden. Wo sind unsere schönen Saboteure? Was brauchen sie? Guckt mal mit. Und ihr, guck mal was... Westlich von uns so ist. Irgendwas gesehen? Ja. Okay. Nichts. Keine Feinde. Keine Aktivitäten. Na klar. So, dann schicken wir da mal unser schöner Botschafter rein. Die Bruderschaft muss wachsen. Ließen sie los. Die haben irgendwas vor. Ja. Die wollen mit den Knuddeln. Deine Haie wird angegriffen. Oder das sagen sie vor. Ja. Ein Haie verloren. Auslösen. Ach du eilige Scheiße. Das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Unsere Saboteure sind tot, oder? Alles ruhig. Erfasse Zielen. Okay. Ach, leck mich doch am Marsch. Alles ruhig. Holen wir sie uns. Komm schon. Dafür wurden wir ausgeduldet. Avatar bereit. Genau, lieber nein. Schießen sie los. Wie sieht so unsere Saboteuren aus? Ich bin Keynes Bruderschaft. Die Bruderschaft. So Leute, es geht weiter. Und wir bauen einmal für eine Raffinerie. Die Bruderschaft vertraut. Avatar bereit. So. Avatar. Ich war dann etwas verwirrt, aber das... Ist ja... Oh! Was ist gerade passiert? Irgendwas gesehen? Hier kommt man da hin. Und hier geht man da hin. Die Bruderschaft vertraut mir. Da jetzt... Ich bin in der Raffinerie bauen. Ich bin in der Raffinerie bauen. Genau das meinte ich. Eine Raffinerie. Und am besten noch so eine Überliste. Natürlich haben wir jetzt keine Energie mehr. Machen wir uns an die Arsch. Da. Geht mal nach U-Bing. Nach U-Bing. Die Bruderschaft vertraut mir. Naja. Mach hier keinen großen Radar um mit. Bruderschaft vertraut mir. Ausbildung. Betriebsbereit. So und W wird jetzt wieder getötet. Dann werde ich aber sauer. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Verstanden. Ich höre. Du kannst es schaffen. Holen wir sie uns. Haben ihn im Visier. Was soll das denn jetzt hier? Wo ist der Grund hinterhalt? Feuer! Dafür wurden wir ausgebildet. Alles klar. Armin im Visier. Find ich jetzt aber blöd. Ausbildung. Lauf! Na toll. Bleib dran! Okay. Ordination erfahrt mir. Na super hier. Vertrauens. Also jetzt muss es doch endlich mal klappen. Okay. Langsam verliere ich aber auch die Geduld. Ich warte. Dachte ich mir. Ich gehe da auch mal nach oben. Ja. Sonst wird das hier noch zur unendlichen Geschichte. Ausbildung. Zur unendlichen Geschichte. Ich brauche jetzt mal ein paar Silos. Weil ich weiß jetzt schon gleich, dass wieder diese Nachricht kommt. Kommen wird. Bau abgeschlossen. Baut. Auf Patrouille. Ich kann ihn helfen. Bau abgeschlossen. Am besten auch die Kraft weg. Ich habe sowieso immer Energieprobleme. Ach. Da steht doch nicht im Sammler. Bitte. Jetzt gehört mir nämlich den Sammler. Was? Alles ruhig. Was? Was für Versteckung? Ich wollte mich verarschen. Sie können nirgendwohin. Okay. Mit sie nieder. Holen wir sie uns. Alles klar. Das tut euch die Wigsart. Kommt sequent aktiv. Waffen initialisiert. Auf Patrouille. Sie können nirgendwohin. Alles klar. Ich warte. Waffen initialisiert. Was geht denn hier ab, Leute? Ja. Zerstört mein Sammler ja. Schlecher. Dafür wurden wir ausgebildet. Dafür wurden wir ausgebildet. Dafür wurden wir ausgebildet. Dafür wurden wir ausgebildet. Verstanden. Meine Güte. Was geht hier eigentlich wieder ab? Was bauen wir da oben? Bauen wir noch ein paar Silos. Bauen wir noch einen Sammler. Ausbildung. Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Bau aus. Bau aus. Die Bruderschaft vertraut mir. Bau abgeschlossen. Die Bruderschaft vertraut mir. Ja, alles sehr schön hier. Kann ich Ihnen selbst? Einheit wird angenommen. Sie können nirgendwo hin. Alles ruhig. Verstanden. Wir greifen ab. Kommst du denn jetzt schon wieder her? Wie siehst du aus? Vor die Naten erfasst. Sind die aber jetzt nicht nett, verbaue ich doch direkt mal ein paar neue Venoms. Wo sind sie denn? Da sind sie ja. Sind noch ein paar schöne Fracks, die man einsammeln kann. So, Baum-Venoms-Motion. Wir haben es schon vertraut von mir. Irgendwas gesehen? Betriebsbereit. Wir haben es schon vertraut von mir. Wo sind unsere Venoms? Irgendwas gesehen? Bereit zum abheben. Unser Schlüssel kommt. Wir haben es schon vertraut von mir. Ach kommt, ich schau doch nicht mal Noblisten, die Penner. Was ist das denn für ein unsoziales Verhalten hier? Freitag für du, Avatar. Ich wäre nicht verloren. Ach kommt, Alter, jetzt kommen die wieder von da. So langsam bin ich aber sauer. Jetzt brauche ich hier oben eine Hand von Nord hin. Da will ich endlich mal ein paar Gebäude und so erobern können. Weil die werden ja immer ausgerottet. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Ausbildung. Dieser Mischung schon, die Gegner war keine Flugabwehr mehr zu bauen. Ach kommt. Bleib dran. Ausbildung. Die Bruderschaft befört. Was soll das denn? Brau abgeschlossen. Was habe ich euch wieder getan? Die Bruderschaft vertraut? Machen wir unser Arbeit. Da sind zwei Gebäude. Macht mich stolz. Was geben Sie umbelastet? Was geben Sie umbelastet? Was geben Sie umbelastet? Oder ist auch noch ein Ding? Und wir Ingenieure stirbt jetzt. Ach du heilige Scheiße, sieht euch die Dreck an. Ich kann Ihnen helfen. Ja. Das war jetzt blöd von mir. Wenn im Betriebsfall. Wie ist denn sie los? Die Bruderschaft vertraut mir. Eine Mission, ein Ziel. Die Bruderschaft vertraut mir. Einheit geborgen. Dann waren wir noch im Tempel von Nord. Wir haben ja gerade so viel Geld. Und dann gibt es einen Kuchen. Patrouille bereit. Was gibt's? Verstanden. Da haben wir wieder unser Krieg der Weltenteil. Das sind ja gar nicht schön viele Teile, die wir erobern sollen. Da haben wir doch lieber noch ein paar Siebes. Was soll das denn hier? Bereit. Verstanden. Machen wir uns an die Arme. Zum Glück kann man mit Alt-Wegpunkte setzen, Leute. Auf Patrouille. Um die Sachen gepflegter zu machen. Und jetzt haben wir auch unsere Superwaffe. Ungeeigneter Aufmerksamkeit. Der Tempel von Nord. Baut. Ich kann helfen. Alles Lohen. Bereit. Patrouille bereit. Verstanden. Einheit gebaut. Auf Patrouille. Das leckt mich doch einmal. Ich warf Roger. Endlich. So, zerstellt mal die Teile hier. Bau abgeschlossen. So kann das aber nicht weitergehen. Ich kann ihn nicht. Oh, was war das Ganze? Avatar berant sequentaktiv. Räume wegfrei. Unsere Punkte angegriffen. Wieder wird angegriffen. So geht das hier aber nicht. Mein Gott, hab ich viel Geld, Leute. So viel Geld hatte ich ja noch nie in einer Mission. Das ist ja so cool. Ah, geht mal nach unten. Ah, du kommst auch mit. Ziel bestimmt. So, wen haben wir denn hier, Alter? Greif mich einfach an. Ihr Bugs, Alter. Rücke vor. Alles ruhig. Verstanden. Unser Venom Squadron. Erfasse Ziel. Bleib dran. Avatar. Dafür wurden wir ausgebildet. Windrief, verleifeln Sie losen. Na super hier. Natürlich hab ich hier gar nichts mehr. Ein Schwarz-Altrag. Ausbildung. Waffen initialisiert. Auf Patrouille. Okay. Boah, Alter, das war knapp. Ausbildung. Kann ich irgendwie helfen? Einheit wird amal knapp. Patrouille bereit. Ruderschaft vertraut. Alle Systeme bereit. Jetzt sind sie dran. Reifelang. So, jetzt ist das die Gute. Patrouille hier. Auf Patrouille. Steuerung aktiv. Die Ruderschaft vertraut. Einheit wird am Pilot. Einheit wird amal. Nee, das find ich aber nicht witzig. Initialisiert. Auf Patrouille. Das find ich überhaupt nicht witzig. Räume Weg frei. Ausbildung. Da haben wir jetzt schon Sabuter. Manometer hier. Hier sind wieder die geschießenden Händen. Ganze Packungsverdrohnen. Unter Schwede. Mit dem ganzen Geld weiß man ja gar nicht, was man anfangen soll. Na, wer kommt denn da? Alle an die Front. Alle an die Front. Hat ich das Ding nicht zerstört oder bin ich nicht? Ich bin jetzt hier. Du da rein. Direkt an die Front. Okay, Türme bauen. Jetzt sind sie dran. Zerstören. Eliminieren. Warum bist du denn? Du auch jetzt aber. Ich denke, es ist immer noch weg. Geht doch. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Bunkern können wir uns hier doch mal schon zu. Na, wer kommt denn da jetzt schon wieder? Ja, ihr habt sowieso keine Chance gegen mich. Das habe ich gesagt. Okay, wo sind meine Ingenierer? Kommt mal nach vorne. Ach, das ist bloß. Das ist gemein. Jungweil mit der Badlands. Da, halt euch mal. Okay. Und jetzt so mit dieser Armee. Und greifen von der anderen Seite aus an. Ist das nicht herrlich? Räume wegfrei. Schließen Sie los. Bin gleich dort. Döp, 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 döp. Feindliche Einheiten in Sicht. Boah, da sprung ich noch super fertig. Sie sind runter, habe ich die hier gelassen. Tiberium fehlt abgebaut. Ja, wir haben genug Tiberium. Gehen wir also bloß nicht auf den Geist. Tiberium will das dumm in der Avatar. Boah, Alter, sieht doch das Mist da. Was machst du da? Das könnten wir krallen. Ich warte. Betriebsbereich. Ach du Scheiße. Ich kann ihn helfen. Was ist das denn hier wieder für ein Depp? Das war der Depp des Jahres. Ungeeigneter Bauplatz. Ungeeigneter Bauplatz. Geht doch. Nichts mit ungeeigneten Bauplätzen. So, wir haben doch hier mal ganz schön viel. Super. Komm alle hier. Super, wir haben ja auch ganz viel Platz mal wieder. Ach, die haben ja noch keine Chance. Habt ihr noch irgendwas zu sagen, Leute? Vermutlich nicht. Patrouille bereit. Bleib dran. Avatar. Dafür wurden wir ausgebildet. Ach, ich war ein Knochen. Ketage. Was gibt's? Aurora-Kakete bereit. Das ist mit der Augen. 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 Du kommst doch mit. Ich kann Ihnen helfen. Ich kann Ihnen helfen. Die Brüder schrafen initialisiert. Alles ruhig. Die Bruderschaft vertraut. Super. Super duper. Initialisiert. Avatar bereit. Die Bruderschaft vertraut. Avatar bereit. Was braucht es? Ach komm, Alter. War das jetzt aber gemein. Ich höre. Es wird umgekehrt. Das war jetzt aber mal super gemein. Sind die alle tot? Wie geht das denn? Komm, ich brauche Avatare. Wo ist mein Ingenieur? Ich bin schwöre, ich hätte hier einen Ingenieur eingeschickt. Aber der hat es wahrscheinlich auch nicht überlebt. Ausfall in der Gelegenheit. Ich bin schwöre, ich bin schwöre. Oder so war ich, mit dem gelegenen Arbeitskräften. Ach komm, Leute. Was soll das denn? War überhaupt nicht witzig? Und Er hat überlegt Ich glaube jetzt sowieso den neuen Mann, Leute Also Keine Hemmung Zack, zack, zack So einfach geht das, Leute Sie waren einfach ne hübsche Avatar, meh Was machst du da bitteschön? Wie wird er halt angegriffen hier? Räumen wir auf Ich werde schon mal ausröchern Tja, aber nicht mehr lang Nicht mehr lang Nicht mehr lang Ja, zerstören wir das Gebäude Holen wir sie uns Solange diese Kavitationsstabilisatoren aufrein sind Ist die Luft vor allen der Besucher geschwächt Gute Arbeitkommando Ich weiß Waffen initialisiert Feindliche Einheiten in Sicht Hat was gesehen? So TV-Riumfeld abgebaut Avatar-Avatar-Avatar-Avatar-Avatar-Avatar-Avatar-Avatar-Avatar-Avatar Waffen initialisiert Angrilliert Angrilliert Dann bringen wir doch mal die Kacke zum Dampfen Ich merke gerade, dass ich immer noch ne Aroramombe habe Reine Güte hier Verstanden Initialisiert So Jetzt gibt es keinen Mausen mehr für diese Aliens Unser Stützturm wird angegriffen Was gibt's Initialisiert Angriff Alle Energie Eliminiert Avatar. Alles ruhig. Waffen initialisiert. Kommen Sie mit Aktivsteuerung. Aktiv. Avatar. Angriff. Wissen Sie los. Ja. Zwar steht die Flugabwehr in Gottesfällen, dann kann man die Flugzeuge beschreiben. Alles gut. Betriebsbereit. Erledigt. Keine Ahnung, was das ist. Was zerstört ist. Betriebsbereit. Waffen initialisiert. Waffen initialisiert. Kommen Sie mit Aktivsteuerung. Aktiv. Zerstören Sie die Kaisers. Oh Alter, ich möchte doch alle zurück. Das waren ja Minen. Falsches Gebäude. So sieht's aus. Leute, es war schön euch gekannt zu haben, aber leider muss ich jetzt sagen... Achso, ich soll's nicht zerstören? Da hättet ihr auch früher sagen können, hier. Na, wo sind unsere Ingenieure? Die Bruderschaft vertraut mir. Kann ich Ihnen helfen. Komm euch holen. Loll, mach ich dann Atom-Munde drauf. Und dabei soll ich jetzt gar nicht zerstören. Angriff. Initialisiert. Die Bruderschaft. Ich bin mal wieder Lollig drauf. Vertriebsbereit. Ich bin mal wieder Lollig drauf. Die Bruderschaft vertraut mir. Ich will. Die Bruderschaft vertraut mir. Komm. Mach mir stolz. Die Bruderschaft vertraut mir. Bin gleich da. Initialisiert. Mach mir stolz. Irgend so ein Alien-Gebäude noch da. Scheinbar nicht mehr. Ha. Sieht euch, das Dreckste allein hat das noch ein Prozent Energie da. Das war mal wieder ein lolliger Einsatz von mir. Ja, da wollen wir wieder mal. Dann gehen wir da hin. Wird die Minen explodieren jetzt, dann krieg ich aber einen Wutanfall. Das wär's ja noch. Schaufeln wir in mein eigenes Grab. Ich kann helfen. Da rein. Ich reparier's sogar sofort. So. Das war's hoffentlich. Einsatzziel erreicht. Leute. Das war die Mission. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns mal wieder. Bye-bye.